Lass mich fahren, wenn die laufen! Stopp, stopp, stopp! Stopp, stopp, stopp! Stopp, stopp, stopp! Jetzt, go! Okay, go! Spannend, hm? Ah, das ist nur für viel Spich! Spich! Jetzt ist die Kamera, das australische Brinko ist zu sehen! Die australische Meisterin! Für eine letzte Beine! Wir loben den Rebekka Englissen! Die in der Führung der Motivation ist! So, now we can see Rebekka Englissen, the national champion of Australia! She is in the leading position! She is still in the leading position! Rebekka Englissen! Rebekka Englissen! Das ist der Gräueling-Salz! Second of our last World Cup 2012! Yes! Sie war! Sie war! Sie sind ja gesammelt! Sie war! Sie war! Sie war! Sie war! Sie war! Kabul! Sie sind gerade runtergefahren! Und wir sehen hier! Und da oben! Anna, Bello, Moira! Dürch geht! Dann oben ist sie, die 2 K-23 Fahrerinnen! In die letztejährige Weltcup siegerei in dieser Weltcup. So, Ian, Bello, Moira ist es in der Beisposition. Le Pen! Ach, das ist ja die Opposito-Pettung. Du bist doch wohl. Rieswärts, Krobat in der Gang, Soldiers in der 23 Klasse, in der letzten Runde hier Volontäne. Henderson in der Leading Position, Bellemeyer in der 2nd, Rieswärts in 3rd, Krobat in 4th Position und Indergang in 5th. This is the last lap of the under 23 women category. Rieswärts, Krobat in 4th, Krobat in 5th, Rieswärts, Krobat in 5th, Rieswärts, Krobat in 5th, Rieswärts. Super! 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 So sieht es aus, als könnte die junge Schwäne hier verlangen. Super! Super! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wie? Was? ONA Banken! BSCHITS. HISTORIS WIFT Oh nein! Die Künfte hat vor dir ja massen Vorsprung auf! Der Rest des Fällen ist keine weitere Fälle bisher dort oben aufgetaucht. Jetzt ist die erste, das ist die Französin. Pärin Gosell-Fokus-Roto-Coaching-System. Wie fühlst du dich? Gut. Gut? Wer ist da? Wer ist da? Ich sehe ihn heute nicht. Ja. Aber seine Fahrt ist hier. Ja. Wer ist da? Wer ist da? Ich weiß nicht. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Also alle Fans hier im Boletene. Sie dürfen jetzt natürlich nochmal ihre Hände rausholen. Aus deutscher Sicht, Trainer-Putz, der Kopsi. Vergangenes Jahr bei den Juniorinnen und dritten der Weltmeisterschaften. Ein Jahr zuvor zweite bei den Weltmeisterschaften. Und jetzt kämpft sie sich hier nochmal, konsulativ ein Stück nach vorne. Es ist sehr gefährlich, sehr technisch. Im Parkour ist es sehr... Ja. Das sieht nach einem sicheren Sieg für Sie aus. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt auch Lissau Mitterbauer, die Österreichs-Staatsmeisterin, die da durchgeht. Auch sie noch in den Top 10 unterwegs. War ja vergangenes Jahr 8. der Weltmeisterschaft in dem Weltcup gewinnen. Wir warten auf die weiteren Positionen. Bleibt Jana Wölle-Moyner auf Position 2? Oder ist Jenny Rieswitz da noch einmal drangekommen? Das ist jetzt die große Folge. Rieswitz, die junge Schwedin. Auf sieben dieses Jahr noch bei den Millionen unterwegs. Jawohl. Rieswitz oder Wölle-Moyner? So Rieswitz und Wölle-Moyner. Who will come next? Who will be the next one? Das ist Jenny Rieswitz. Jenny Rieswitz, die jetzt in der Weltmeisterschaft. Das ist die große Rolle. 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 Der ist das die große Rolle. Sie kennen die飛chen heute, sondern im letzten Jahren gar nicht der Move romans ни an. Sie haben keiner der Oberkist Reich." Was das? Das ist ein Rennen für einen Rennen. Ja. Gut. Die Frauen sind sehr technisch. Das ist gut. Die Frauen sind sehr unterschiedlich. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sie sind ein junger Mädchen. Ja. Und da sind... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Heinz Rauch, wir können nicht gehen. Wir sind nachher. Wir sind nachher. Wir sind nachher. Oh, gut. Wir sind vor die U23-Männerkategorie um 15.30 Uhr. Dann gestartet werden. Hier haben wir die nächste Juni. Erst einmal eine weitere Polin, die hier nach unten kommt. Wir warten also noch auf Würzell und auf Putz. Agnieszka Jastrzewska.